Hallo Leute, was geht? Willkommen zu dem erneuten Spieltag hier auf meinem Kanal. Spieltag 25 steht an, heute bei Kreuter Fürth. Wir sind aktuell auf der ersten Position mit 53 Punkten, hinter uns steht K2 mit 52. Wir haben natürlich eine richtig krasse Tordifferenz mit 49. Wir gehen hier in die PK vor dem Spiel und ja. Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Wir gehen professionell an die Nächste Partie. Letztes Spiel haben wir gewonnen. Drei Punkte sind drei Punkte. Wir haben sechs Mal gewonnen. Wer einmal gewinnt, kann auch zweitens mal gewinnen. So sieht es aus. Glauben Sie noch an die Mannschaft bekämpfen müssen zum Schluss. Auf jeden Fall. Wir sind erst da. Wir haben noch zehn Spiele. Wir wollen so viel rausholen wie möglich, um hier auch noch Meister zu werden und aufzusteigen, was unser großes Ziel ist. Trikos bleiben so. Rein in die Partie. Unverändert gehen wir wieder rein. Auf geht's. Wir haben jetzt in zehn Spielen oder halten nach diesem Spiel neun noch eigentlich starke Gegner, wir müssen noch gegen Karlsruhe, ich glaube wir müssen noch gegen Bielefeld, wir müssen noch gegen Heidenheim, Darmstadt, also da sind auf jeden Fall noch ein paar packende Spieler dabei, an Pomar hat sich hier jetzt gerade erstmal angeschlagen, aber das wird uns keineswegs Glatzel, erster Abschluss, leider noch nicht für Führung, Ninde ist da nicht schwer zu halten, nicht so ein guter Abschluss. Ist die Mitte offen, ein bisschen Glück, und da ist der Ballgewinn, aber auch wieder der Ballverlust, sehr stark dazwischen gegangen, war ja Fernandes, dann, ist auch Steller, jetzt mal über Kleindienst, der Platz, zu viel Platz und Stand, weil da spielt er dann nicht ab. Und Heier kann man das sehr gut zur Stelle hier. David klärt erstmal raus aus dem 16er und Heier den zweiten Ball und jetzt vielleicht mal über Eierter, der Konter starten, auf Kleindienst, 3 gegen 1, Platzel rück nach, aber so weit kommt er mal wieder nicht, aber wir bleiben dran, wieder auf Platzel, wieder der Ballverlust und wieder banischt. Dann holt sich da im Mittelfeld wieder die Bälle ab, abseits, hier gibt Ballstoß für Sante Fürth. Und Poma, wieder voll dabei, nur kurz was angeschlagen gewesen, geht aber weiter für ihn. Da war jetzt das Mike. Da kann der Abseits gelesen sein. Und das war Abseits, vorher Fernandes wäre aber stark da gewesen, gibt Freischuss für uns. Erstmal viel passen, in Muhlheim. Und so eine Aktion, richtig, bei Gewinn hinten, wieder Mittelfeld, wieder Ballverlust. Das passiert uns heute mal wieder zweifelig. Aber da sind wir wieder. Wir kommen noch nicht ganz entscheidend nach vorne durch. Wir gehen ein bisschen die Durchgangskraft. Also vier Sprache dann im Videos. Abseits hier. Geprasch ist für uns wichtig, erstmal das Wenden zu Null spielen. Aber. Oder. Kann passieren erstmal. Und da müssen wir nach vorne mehr Chancen kreieren. Da fehlt auf jeden Fall noch einiges. Und im Mittelfeld müssen wir standhafter werden. So viele Ballverluste hier. Komm Junge, lauf Majata. Einerseits. Schön durchgespielt. Jetzt Majata auf Ampoma, der verpasst. Wenn da so ein Glatze steht, der schiebt wahrscheinlich ein. Der hat ein bisschen längeres Bein. Und da verziehen sie erstmal. Abschluss für uns. Ist auf jeden Fall ein Hin und Her. Ich bin entschieden bisher. Verdient. Für beide Teams. Sicher dazwischen gespielt. Und jetzt nochmal lang auf Gatter. Das war mal ein super Laufweg. Kein Abnehmer dabei. Und dann auch noch schlechter passt. Glatze bleibt am Drucker. Und wird einfach verführt. Erstmal anscheinend gezerrt. Boulogu zur Stelle gibt Eckball. Sehr gut geklärt. Sehr färf. Es gibt Freistoß wegen Handspiel. Und das wird eine gefährliche Freistoßposition. Falco. Aber Abwehrspunkt gut hoch gibt Eckball. Der hat so gewinnt. Hier das Kopfball-Duelf. Kommen aber erstmal nicht raus. Aber jetzt vielleicht nochmal Ballverlust. Geht nochmal in die Mitte. Steht alles frei. Und der Abschluss aus dem Netz. Gibt nochmal Abschluss. 2 Minuten gefangen. Und nochmal heuer Fernandes. Wir sind in der letzten Sekunde. Wenn wir den Ball klären. Geht es hier mit 0 zu 0 in die Halbzeitpause. So sieht es aus. 0 zu 0 Halbzeit. Hier bei Kräuterpürth. Was sonst hier im zweiten Durchgang jetzt die Chancen mehr rausspielen. Spielen. Hallo. Hallo, wir kommen auf jeden Fall. Guter Vorschluss hier schon mal. Bleiben wir jetzt am Drücker. Leider keine Anschlussstation, war dann auch da zu viel, aber holen wir uns hinten den Ball wieder. Zudem ist Druck, aber Ampomar gewinnt hier den Zweikampf, sehr sehr wichtig. Ampomar bleibt nicht cool oder bleibt cool, aber Linde ist Versteller. Jetzt geht es genau nach hinten. Und Linde ist Versteller. Es gibt gleich eine selbe Karte für Yata. Und F-Meter hier, da die Nachschluss noch einzumachen, war es ihr Vorteil. Und jetzt nochmal auf Yata, Yata in die Mitte, kein Abnehmer da. Und Benesh. Und Benesh. Und Benesh. Und Benesh. Und Benesh. Und Benesh. Und da steht es 1-0 für uns durch. Benesh. Super eingelaufen. Super Planke von Benesh. Und da holen wir uns hier das. Unverdiente würde ich jetzt mal sagen 1-0, aber das spielt am Ende keine Rolle. Beides gehen ja ausgültig in das Spiel, meiner Meinung nach. Der Schalt von Kleindienst da durchgesetzt gegen 2. Nochmal rüber. Danke kommt nicht an. Ampomar. Schick hier jetzt nochmal die Almuch-Situation. Und Super Flanker auf Yata. Komm leider nicht an. Dann wäre erstmal Richtung hinten auf David. Der macht nen Kopfball im Liegen und der kommt sogar noch an. Und jetzt Kleindienst, Kleindienst. Linde geht runter. Gibt bei von uns. Werden stärker. Wir kommen. Ecke Benesh. Auf Gulevu und Linde. Nochmal Ecke. Gulevu zum zweiten. Kommt nicht dran. Schluss aus der zweiten Reihe. Gulevu klärt gegen uns. Das ist auf jeden Fall auch geil. Nochmal Yata. In die Mitte. Kein Abnehmer gefunden. Schade. Jetzt hinten aufpassen. Schade. Sehr stark vom Muhheim. Sehr immer wichtig. In dieser Position. Schade durchgesetzt. Glatzel. Glatzel ins lange. Linde ist wieder unten. Wir werden wechseln. und bringen halt am Poma Titel und rechts Königsdorfer auf geht's komm jung und kannst du den Markt auf Platz Titel ist da jetzt mal nach vorne, auf Kleindienst, der steht da frei und Kleindienst verzieht leider 15 Minuten die Freunde, hätte es 2-0 stehen können Hinspiel war eindeutiger, da haben wir 6-0 gewonnen Rückspiel, Koma ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer aber wir führen und das ob wir 1-0 führen oder 6-0 führen ist egal solange wir 3 Punkte rum komm mal auf Kittel Kittel komm mal rüber auf Königsdorfer kommt nicht an aber Kittel, zweite Schong sehr wichtig vom Muran im letzten Moment geht er dazwischen gelb vorbelastet, aber zeigt jetzt nochmal rüber da ist Bandersch da ist der Doppelpark und da ist das 2-0 das ist der Sieg 80. Minute hier Lazi Benersch also Auswärtsspiele zu 0 können wir glaube ich besser merken wir hier auf jeden Fall erinnert mich so ein bisschen an das Braunschweig-Spiel zu Hause da haben wir auch 2-0 gewonnen und auch sehr gute Chancen von Braunschweig gewesen aber immer irgendwie den Ball noch gezerrt bekommen das Spiel gibt mir auf jeden Fall zuerst Boxing tengahm und das ist der Siegkrepp rockbar reiß 3 0 und das ist der Siegkrepp und das war super ausgespielt hier super flanke genau auf den kopf auf reißen der köpft zum 301 mit seinen 1 20 das mittelfeld macht es heute aber jetzt hier letzten zehn sekunden sind angeworfen noch mal lang und weit und das ist der 13 0 sieg bei kräuter führt und damit bleiben wir tabellenführer also aus dem ersten spiel von den zehn holen wir schon mal drei wichtige punkte und das ist eine steigerung nach oben interview sparen uns auch heute und mal gucken was katho gemacht hat wieder verpasst wie wir gesehen haben mit einem 1 21 und die tabelle sie wie folgt aus minja bielefeld hat schon das spiel 43 punkte auf die haben jetzt 13 punkte vorsprung und karlsruhe spielt noch wie es gibt kurz um zu gucken was karlsruhe gemacht hat und karlsruhe gewinnt auch das heißt wir bleiben auf einen punkt vor karlsruhe und sein nächstes spiel zu hause gegen hansa rostock da wollen wir wieder punkten wir sehen uns beim nächsten spiel lassen aber da aktiviert die glocke daumen nach oben rein und ciao